ich mache jetzt mal weiter hier es ist klar ich mache weiter hier ach so sollte vielleicht die lautstärke wieder erhöhen okay okay bin hyped ich bin hyped und weiß nicht wo ich stehen geblieben bin aber egal das wird sich bestimmt zeigen gleich fortfahren draußen nicht möchte gern drinnen fortfahren wenn es geht draußen ist momentan glaube ich okay also ich wollte fortfahren ist okay die musik ist äußerst ein bisschen einlullend da ist irgend das gegenteil von der gefahr die draußen schwebt oder die musik die suggeriert bleibt gechillt alles cool da draußen hier kann nichts passieren oder schlaf noch eine runde leg dich hin legt die pistole zur seite ist messer zur seite brauchst du nicht okay so ich weiß noch ich habe ein paar leute gemetzelt glaube ich es war ich bin noch ich bin doch dabei mich mit den mit den kampf steuerung ein bisschen zu gewöhnen das ist so ein bisschen bin ich noch nicht 100 prozent drin ja ja aber ist okay so denke ich wie im wahren leben wie im wahren leben ich bin mit der kampf steuerung im wahren leben auch noch nicht drin muss ich sagen so okay da war was okay das ist meine frau oder okay aus regnen ich bin immer noch beeindruckt von der grafik geil so geil okay ich mache immer gern das was ich nicht tun soll zum beispiel das hier schwenken zoomen also lesen 8 1 pillen düst im bild sortiert die diese düstchen nie ich werde die ganze nacht wach sein zwölf dosen schinken acht dosen bohnen ok 1.4 13.6 oder zu guter 8 oder was 13 der sechster nach der erster ich weiß was du denkst die echte schwache lieferung wird verspricht dass die nächste lieber besser wird naja das sind lieferung okay ja nein weg zurück also weglegen schwenken gut kann schwenken can you believe he found this way to go bill 1 bottle morphine ah ok medikamente und so quatsch packs dried fruit ok alles klar ich mache jetzt mal hier weglegen ok jetzt weiß ich nicht was ich machen soll wenn ich tab drücke kommt kommt er hier hier könnte ich was herstellen wenn ich was hätte das korrekt testliste ich muss echt ich muss wieder reinkommen hier dann ich bin jetzt gerade komplett raus dann ich drücke mal escape warum ich weiß nicht ich rede mal mit der test heißt sie oder wie heißt sie ok findest du es nicht komisch dass sie uns die arbeit überlassen marlene wollte es selbst machen wir waren nicht erste wahl ist sicher nicht mal die zweite sie hat viele leute verloren ich hoffe ich hatte die wir nichts übrig die subteile sein ja hoffentlich lebt noch einer der uns bezahlt da wird schon jemand sein ich hoffe ich schalte mal die subteile jetzt ein weil es kann sein dass ich irgendwie dazwischen rede ich bekomme es nicht mit ne beziehungsweise wird alles hier doppelt und so und das ist anzeige wahrscheinlich oder sprache anzeige was suche ich noch subtitles untertitel hier ist nicht dann vielleicht bei sprache untertitel deutsch ja aber ein wer geil da geht nichts dann lasse ich es aus ist ja ok ich wollte es ja nur anmachen ist ja ok nicht dass ich diese komische das gelabers vom anfang wieder bekomme hier mit diesem dass sie mir alles hier vorliest und ich hier klicke was kann ich noch machen sprache habe ich auch die habe ich nicht oder doch die habe ich schon getestet so ne dann weiß ich es nicht dann weiß ich es nicht Untertitel echt so einfach dann machst du einen ok Story-Dialog Story-Kampf-Dialog ja Kampf-Dialog ist eigentlich Quatsch oder Story wäre eigentlich das einzige das ist geil dass man hier unterscheiden kann äh Hintergrund aktiviert für besser dann liest man keinen Hintergrund für den Untertitel nö lass mal aus Namen ein Namen, Farben, Richtung Farbe alles cool äh ok ähm C-Crouch sonst weiß ich nichts mehr wie habe ich das gemacht rechts zielen links schießen nachladen äh Linksklick ist was gar nichts ok alles klar was ist denn hier Cargo ok was mach ich jetzt eh mach mal das herr 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 ich muss ein Minispiel machen herr und jetzt immer wenn oh yes ziemlich laut das Ding wer wartet am Trefftuntermauern sie meinte da wären Feuerfleiß die aus einer anderen Stadt sind das Mädchen muss wichtig sein was ist mit dir? ist dein Vater ein neues Tier oder so? sowas in der Art haha wie lange dauert das alles noch? wenn alles läuft wie geplant liefern wir dich in ein paar Stunden ab Ellie wenn wir hier raus sind musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben ja sicher da ist ein Zettelchen safest route to Charlie feindliches Lager safe now patrol patrol south patrol south west patrol west patrol checkpoint ja infestation ja und ich bin wo? hier wahrscheinlich oder was? keine Ahnung ok weglegen bitteschön alles klar auf gehts crouches also es liegt quasi nie was rum oder? also ich meine das ist keine großartigen wie bei das wie heißt das noch? mit der ähm ich hab die Spielnummer vergessen Requiem mit der mit der wie heißt der noch? Bruneau und äh wie ist hier? ich hab die Spielnummer vergessen aber dann da lagen überall Sachen herum halt ne? herstellungsgebührens was mach ich jetzt? achso space oh es passiert was ah Untertitel sehr gut ok wir können kommt hoch komm Kleine sei vorsichtig komm Kleine komm Mats ok Warum riech ich eigentlich? Das ist ein scheiß Wetter. Also gar auf der Kamera regnet es hier. Das hat die Kamera gewischt. Der Typ, der hinter mir herläuft, mit der Kamera. Hallo? Oh, ich kann rein. Achso, da muss ich rein. Von unten normalerweise, ne? Gibt es irgendwas zu looten hier. Gibt es nichts zu looten, ne? Na gut, okay. Okay. Oh, böses Ding. So eine Scheiße. Wo kommt die denn her? Ja. Hier ist Ramirez aus Sektor 12. Erbitte Abholung von drei Flüchtigen. Verstanden. Sie ist doch mal so, dass sie könnte sich richtig lohnen. Genug von diesem Scheiß. Petra, ne? Oder? Ja. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Oh, böses Ding. Alter. Alter. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Alter. What the fuck? Boah, also das war jetzt von der Ellie war das schon ein Ding. Legt mir am Arsch. Ich glaube, die sollten da weg, oder? Los, los, go, go. Go, go. Okay. Wir schleichen jetzt, ja? Alter, die Grafik, ey. Lauf, 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 lauf. Go, go. Folge nicht den Lichtern, mein Schatz. Oh, 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 oh. Reit. Natürlich. Kommen wir nochmal. Oh, oh, oh. Spähfahrzeug. Ich sehe gar nichts. Ah, okay. Ich sehe die Gräben. Bleib zurück. Ich kann da auch nichts sehen. Sind Sie wirklich hier langgekommen? Das ist unser Auftrag. Also weitersuchen. Unten bleiben, sonst sehen Sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joel. Und nun? Soll ich hinten rumgehen? Wahrscheinlich, ne? Achso, das finde ich ein Typ. Da unten. Guter Schuss, oder? Kommen wir weiter. was aber habe ich peter gemacht jetzt weiß ich und jetzt keine ahnung und jetzt hier können wir durch okay ich bin verletzt das hat schlimm war das cool was war das okay ich konnte doch was bluten okay kann ich das kann ich was herstellen jetzt wie wär's mit einem mit dem verband ach so ich hab das gefunden hier das hier ah ok äh ich komme ich komme ich komme und jetzt steht panzor steht da sie sehen uns noch nicht in die außen rum wie sieht es aus zu viele test da ist nichts drin ich brauche verbandzeug oder so ich komme schon vorbei oh shit das mache ich jetzt ich warte bis da drin ist dann und dann falls er weiter geht schnappe ich mir oder was ach so die kommen ja ja ach so ne da schnappe ich mir nicht dann schnappe ich mir nicht ok immer wenn dieser sound kommt heißt das dass ich gespottet werde ja oder kurz davor bin gespottet zu werden weiß da was die elli hat anscheinend blood shield ja ist das korrekt ich habe stein in der hand wo hoch ich sehe gar nichts da hoch oder was da geht es nicht hoch hä wo ist er nicht hoch gut hat er wird da hoch ok ok alles cool ich hoffe du bist es wert Oh, ich kann mich verarzten! Wie mache ich das nochmal? Wie mache ich das nochmal? Ich habe es vergessen. Optionen, Steuerung, Tastatur, Maus. Steuerung anpassen, ne? Steuerung anzeigen. Ah ja, was wollte ich wissen? Achso, Medikit oder so. Medikit 7. Okay. Cool. Okay, ich bin wieder fit. Weiter gehts. Achso, ich muss rein. Alles klar. Habe ich einen Flashlight oder sowas? Ich drücke mal F oder L. Nö. Okay. Ich sehe gar nichts, ne? Ah doch, ich habe einen. Toll. Evere, L geht nicht. Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet es hier nicht. Ja, das wollte ich. Äh. Okay. Treppe hoch? Wahrscheinlich. Okay. Ah. Die Taschenlampe ist aus. Was ist denn J? Keine Ahnung. Okay. Hier müssten wir durchpassen. Wodurch? Da sind auch, finde ich hier keine, ähm, Verbandsmaterialien hier, Textilien. Naja, geil. Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Okay. Verfolgung abbrechen und sexuell berichterstatten. An die Wand. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Vorzeugen. Bleibt im Dunkeln. Ganz links bleiben. Oder? Okay. Da geht's hoch. Da geht's rein. Okay. Ist es sicher? Nein. Sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Vielleicht finde ich ja irgendwas hier. Wow. Ganz viel. Na klar, Boss. Ganz viel Zeug, ja. Sehr gut. Bett. Mülleimer. Nix. Spinnt. Die Kettensäcke drin, ne? Ne. Oh, ist noch was hier. Munitione. Find ich gut. Okay, sonst haben wir alles, oder? Cool. Kann ich so was bauen hier? Oh, ich könnte hier so ein Messer bauen. Ein Messer. Soll ich ein Messer bauen? Komm, ich baue ein Messer. Warum denn nicht? Zack. Okay. Gut, ich kann das Messer benutzen. Was ist das die Frage? Eins. Zwo. Zwei. Vier ist da Bocksteuern. Ich könnte mal gucken, was ich hier... Ne, warte mal. Achso. Das ist echt super gemacht, muss ich schon sagen. Moment. Wie kann ich hier jetzt ein Messer benutzen? Oder geht das automatisch, wenn ich hinter einem bin, oder wie? Steuerung. Steuerung anzeigen. Dann trinke ich mal ein Schlückchen. Langwaffe. Kurzwaffe. Nahkampf ist einfach nur F, oder was? Das gefällt mir nicht. Das muss ich umlegen. F wird die eine Maustaste. Maustaste vier, oder so. Okay. Optionen. Steuerung. Anpassen. Nahkampf. Bitteschön. Um diese Einschränkungen zu ändern, stelle bitte das Eingabeschema auf der Benutzerfeind ist. Macht doch. Mir auch geil. Wähle eins zum Beispiel. So. Nahkampf. Mit der Maustaste. Bitteschön. Geht nö. Ist das dein Ernst? Boah. Das ist aber doof. Ich darf nicht Maustaste vier machen. Das ist ja blöd. Na gut. Dann lass ich es halt so. Ist ja nicht so, dass ich seit 100 Jahren Nahkampf auf der Maustaste habe. Was ist denn jetzt Nahkampf? F. Na gut. Okay. So. Okay. Ich bin fertig hier wahrscheinlich. Das heißt, hier geht es weiter. Ich glaube, wir kommen hier durch. Ich habe so eine Makante Stimme. Bisschen leicht nuschelig, oder? Bisschen Till Schweiger ist er. Warte, warte, warte. Der Blut. Tommy, ich rufe dich. Zurück zum Wald. Weiter. Okay. Kappen gesperrt. Oh ne. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie... Sie sagte, sie... ...hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, ne? Tess. Und das... ...das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es soweit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Hm. Darf ich wieder? Okay. Ich muss nichts jetzt sein. Okay. Also die Atmosphäre von dem Spiel ist schon geil, ne? Hier rehen's die ganze Zeit. Es ist dunkel. Man wird verfolgt. Es ist nass. Ungemütlich. Die Musik, die ist trist. Also schon, äh... Und die Grafik ist geil. Leck mich doch am Arsch. Meine Güte. Wow. So sehen die Häuser also vom Nahen aus. Sie sind so groß. Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantäne-Zonen wurden heftig bombardiert. Man wollte so viele Infizierte wie möglich tüten. Hat geklappt. Kurze Zeit. Okay. Bombardiert oder alles? Ist noch eine Option, ne? Ich hör was. Äh, was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja. Klang aber als wärst weit weg. Mist. Gute Frage. Ja, ich komm ja schon. Ich wollte so ein bisschen looten. Ist aber nichts. Oder? Oder wär da was gewesen? Hier gucken. Oh, der spiegelt so geil. Der ist aber geil. Reflexion. Mann, ist das gut. Ne, ist nix. Ich hab gedacht, da wär irgendwas. Okay. Tür ist auf. Ist ja gut. Ich stehe ja schon. Alter, sieht das hier aus. Äh. Bisschen tief, ne? Und du? Hann, du bist ganz schön tief. Ja. Nix ansehen. Da drüben ist das Rathaus. Ja. Wir müssen da irgendwie durch. Äh. Das hier soll das Stadtzentrum sein? War es. Äh, war hinten rum vielleicht. Jetzt ist es nur noch Brachland. Ja. Hallo. Wie kommen sie denn da hin? Hier drüben. Ich guck mir alles genau an hier. Okay. Ich geh da rein. Oh, ich kann da rein. Cool. Hey, Tess. Ich dich gerechnet. Ey, muss ich rein anscheinend. Da, alles leer. Da ist die Tür. Da muss ich durch. Wo wäre Tess jetzt hingegangen? Was gibt's da unten noch? Die Petra gibt's da. Ah, sieht schon geil aus, das ist da. Das sieht schon schick aus. Okay. Ja, hier ist was. Achso. Backstein. Bau stehen? Keine Ahnung. Ja, pack den mal weg. Gut, bitte. Da ist ne Tür. Ah, da ist die andere Seite von der Tür, oder? Genau. Oh je. Da ist ein Typ, ey. Ja, genau. Was? Wie kann sie aus? Ist das schlecht? Obwohl, da fehlt ne Hand, ne? Und Fuß. Das hat keine Hand und Fuß, das da. Das kann nicht funktionieren. Alter, das ist auch tief hier. Die sind bestimmt Zombies dran, oder? Also, Pilz, äh. Pilz, Pilz-Zombies. Hier heißen die. Klicker heißen die damit. Soll ich da hoch, oder soll ich da reingehen? Ah! Ich kann was looten, endlich. Oh, hier ist da eine Karte. Ne, was ist das? Whiteboard. Okay, ich muss wahrscheinlich... Ich muss hochgehen, ne? Macht das Sinn, hoch zu gehen? Kommt ein Helikopter nachher, oder wie? Noch einer. Mist. Ist das schlecht für uns? Ne Pistolärer haben ich das gefunden, oder? Ich kann gar nicht, äh, meine Waffe auswählen. Warum nicht? Waffenrad, äh, Waffenrad. Mausrad geht's nicht. Was ist das? Negate... Was? Negativ. Contacts. Also negativ. Negativ. Äh, ja. Contact. Arrived, negative contact, äh... Multiple infected contacts, äh... What privates? Adwater, Shah, Kulwich sind killed in action. Sind alle tot. Äh, private, Adwater, äh, reported, optische und, und, äh, sounds, äh, stage 2, cordyceps infected. Moving to investigate. Achso, da sind sie gestorben. Okay, Oberon fell back to building interior. Awaiting evacuation. Hat wohl nicht funktioniert. Okay. Ich brauche nicht mehr zu wissen hier. Ist ja okay. Also, wir sind hier in größter Gefahr. Sie hat's wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. Wollen sie mir damit sagen, oder? Mache ich ihn jetzt da rein oder da hoch? Da ist schon... ...pilz gepflegt. Verdammt. Klicker. Wo? Oh, Mann. Was ist mit dem Gesicht? So sieht jahrelange Infektion aus. Das heißt, sie sind... ...blind? So gut wie. Was macht denn der das? Warum macht der das? Wir benutzen Geräusche. Wie vielerlose? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. Achso, so ein Ding ist das. Achso, da ist die Tür. Deshalb. Ja, ich hab... Eigentlich wollte ich es mir anders überlegen jetzt. Äh, ich überlege was gerade anders. Was ist, wenn ich da hochgehe zum Beispiel? Ist das cool? Wenn ich jetzt da hochgehe, ist das cool? Keine Ahnung. Was muss ich machen, wenn es anfängt zu klicken? Muss ich dann stehen bleiben oder was? Damit ich mich nicht orten oder wie? Ah, gut, dass ich hochgegangen bin. Da ist das Zeug. Das war es aber schon, ne? The Goldstone Building. Okay. Hier sind merkwürdige Geräusche. Ja, da muss ich ja durchgehen. Ist da irgendjemand oder was? Sehen die meine Taschenlampe? Nee, oder? Hab ich das richtig verstanden? Die machen Fledermaus-Sonar-Technik? Äh, Mist. Was, was denn? Schau, es würde gleich alles einstürzen. Achso, okay, okay. Oh, ganz viel Zeug hier. Okay. Äh, okay. Zusätze lassen sich neue Fähigkeiten erlernen. Drücke zum Anzeigen-Tab. Bitte was? Wie jetzt? Er hier oder was? Fähigkeiten. Maximale Gesundheit. Lauschmodus Distanz. Was ist denn der Lauschmodus Entfernung? Aha. Messermeister. Okay. Okay. Hab ich fünf davon, oder wie? Ich kann also nichts lernen. Glaube ich. Wenn ich das nicht verstanden habe. Okay, ähm. Oh, je. I got a bad feeling about this. Äh. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss, wenn jetzt einer kommt. Schlage ich dem das Brett um den Kopf, oder erschieße ich den, oder was? Nichts passiert. Alles ist total okay. Kriegt das das, wenn ich dem in den Kopf schieße, oder bringt das gar nichts? Hat der überhaupt noch einen Kopf, wenn er mich angreift? Ich bin gerade noch ein bisschen ratlos, ne? Aber okay. Okay. Du brauchst ein Website-Update. Ja, mit Sicherheit. Moment, wenn ich jetzt, kann ich was bauen hier? Ich baue was. Ne, ich kann nichts bauen. Er muss in die Messer, die ich hier eingesammelt habe. Na ja. Okay. Dann liege ich jetzt rein, ja. Oh je. Irgendwas passiert vielleicht. Hilf mir hier mal. Ja. F. 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 Okay. Danke. Bist du okay? Nicht passiert. Also Kopfschießen bringt was. Das habe ich geschnallt. Scheiße. Oh, das war heftig. Ach, du sagst das. Okay. Ich bräuchte Heilung wieder. Ich brauch ständig Heilung. Was stimmt nicht mit mir? Habe ich jetzt Schaden bekommen? Ich habe da gar nichts gemacht eigentlich, ne? Ich wurde hinterruchs angekündigt. Oder hätte ich das verhindern können? Man weiß es nicht, ne? Ich glaube nicht. Au ja, gib mir irgendwas zum Verarzen. Die ist ja permanent. Schiebt die mir hier Medikids zu, ne? Rezept Medikid freigeschaltet. Au ja. Ah ja, mach mal hier. So gut, ne? Okay. Dann verarzt du dich mal hier. Cool. Okay. Gibt es noch irgendwas Besonderes hier? Zum Looten? Weil ich bin ja der Loot Commander. Da liegt was. Backstein. Ich bin voll. Okay. Okay. Das ist ja auch noch ne Tür. Das ist ja auch noch ne Tür. Ah, abgeschlossen. Was, was, was? Messer benutzen. Soll ich das? Na ja, ich sollte. Aber soll ich doch durch? Oder muss ich es erst mal woanders hin? Tauschen. Tauschen. Da brachte ich eine Flasche gegen, ähm, Backstein. Ist sicher. Wow. Ich bin der Loot Commander. Pistolen Munition. Äh, komische Schere. Was ist das? Komische Parts. Okay. Hier ist nichts. Hier ist nichts, oder? Ist hier was? Ich glaube nicht. Das war's. Äh, das heißt, ich kann eigentlich hier rausgehen, oder? Kann ich was Neues bauen jetzt? Ich will ein Messer bauen wieder. Oh, komm. Äh, okay. Ähm, okay. Bitte was? Machen wir, dass wir hier wegkommen. Okay. Hello. War da jemand? Was guckt ihr hier rüber? Oh, Mann. War er hier? Okay. Aber wenn die da rumhängen, sind sie tot, ja? Oder können die wieder aufstehen, dann? Äh. Ich bin wo reingetreten. Achso. Da oben. Scheiße. Ja, da hängt einer. Jetzt bin ich, äh, entgangen. Ne, alle Schubladen sind leer. Ich trinke mal was. Hilf mir da hoch. Moment, ich trinke mal was hier. Es ist ja toll, äh, hier. Es ist ja... Gänsehaut reibend. Ist ja übelst Gänsehaut reibend. Okay. Aber wir beide gehen. Ich seh mich um. So, ich helf dir hoch. Was wird dem Typ hier eigentlich? Dem läuft der Blut aus dem Ohr. Wird doch nichts passiert sein. Okay. Mal sehen, ob's da weitergeht. Okay. Okay. Sicher. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine. Du bist dran. Los, komm. Weiß mir nicht von. Okay. Komm, Große. Gleich mir die Hand. Big One. Äh, wie mag ich denn das? Na los. Ah. Okay. Okay. Wo war ich denn jetzt? So geht das, oder wie? Ablenken und dann abhauen. Wenn ich das Ding wieder werfe, dann... Und dann? Wenn ich das Ding da hin hinwerfe, dann geht er da hin. Mach's einfach mal. Das riech ich so. Ich mach's nur ne Flasche hier. Da können wir raus, über das Gerüst. Okay. Soll ich ja weg, oder was? Ich glaub, das war's. Ellie, alles klar? Wow, okay. Die ist auf die volle Hose. Genau. Alles klar. Genau. So sieht's aus. Dann los. Die Treppe ist dicht. Gehen wir wieder hoch? Äh. Das war laut, aber egal, ne? Das sieht nicht sehr sicher aus. Möchte ich meinen. So sieht's aus. Äh. Verrückt. Die hatten die nur so lange überlebt. Nicht runterschauen. Der los nicht runterschauen. Alles okay. Ich hau runter. Oh, la, 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 la. Okay. Da bin ich. Tada. Wieso hab ich eigentlich volle Medikamente, wenn hier nix ist? Das hab ich nicht ganz geschnallt. Wieso hab ich volle Medikamente, aber voll angezeigt? Warum? Okay. Schalte-T-Taschenlampe. Brauch ich die jetzt? Nee, oder? Wie, du was? Runner? Was heißt das denn? Das ist ne Pistole. Du kannst eine Waffe pro Hölzer auslösen. Zwischendurch Waffen werden im Rucksack aufbewahrt. Äh. Pistole auswählen. V im Rucksack. Äh, was? Was soll ich denn holen jetzt? Äh. Nö, ist okay, oder? Nö, natürlich. Escape. Nee, ich will nicht. Hallo. Ah, mach ich das, was er sagt. Okay. So. Und jetzt? Jetzt hab ich Revolver, oder was? Ist das cool? Tutorial freigeschaltet. Okay. Äh. Welche Richtung? Soll ich da rauskennen? Was sind Runner, bitteschön? Tauschen. Was sind Runner? Läufer, ist schon klar. Aber ich mein, was hat das zu bedeuten, mein ich. Was können die denn? Außer Laufen. Ich hör doch schon wieder was. Ich hör doch schon wieder was. Da ist was. Was sind überall Typen, ey? Was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Da ist jemand. Möchte alle ausschalten. Ich hab keine Ahnung. Dann wenn ich jetzt dann was hinwerfe und dann... Oh shit. Ich hab das auch schlecht, oder? Okay, also das geht ruckzuck hier anscheinend. Okay. Wirf Ziegelsteine oder Flaschen, um Gegner abzulenken, die dich noch nicht wahrgenommen haben. Das ist ja ein guter Tipp, ne? Okay, also einen Kill hab ich eigentlich ganz gut hinbekommen, ne? Das wär er hier. Das könnte ich eigentlich gerade mal wiederholen, ne? Mal stehen hier und dann mach ich lautloser Kill. So, und jetzt? Und jetzt? Die kommt jetzt wieder, ne? Okay. Okay. Ich hab voll, warum ist voll? Ich hab... Ich bin gar nicht voll, oder? Mit Medikator. Alle meine Gesundheit ist voll. So wahrscheinlich. Das hat nur ein... Ein direktes Verbrauchsgegenstand-Dingens. Einer sieht mich, oder? Da geh ich halt in die andere Richtung. Ist ja okay. Verstehe. Da ist ein Typ. Ich warte, bis der Typ zurückgeht. Oder so. Ich warte mal hier, dann seh ich ihn besser. Da steht auch noch ein Typ, oder? Ist das derselbe? Da! Da kommt ja einer. Okay. Und da steht auch noch einer, ne? Der Richter guckt ja, man weiß es nicht. Jo, Mia! Grüß dich! Ich check grad die Lage hier. Ich hab das gehabt. Jetzt muss ich ein Messer benutzen. Eben nicht, ne? Warum? Weil das eine sind irgendwie, äh... Pilzgeflechte, das andere sind normale Typen, oder was? Wo ist der Unterschied? Jetzt hab ich kein Messer mehr. Ich hab dem geht's nicht gut. Ja, kommen sie nur hier rüber. Kein Problem. Ich folge ihnen, unnaufärlich. Dieses jetzt brauch ich kein Messer, ne? Ah doch. Gut, das hat Krach gemacht, ne? Aber ich hoffe, das war der letzte. Ja, die Klicker bekommst du... Okay, ihr könnt kommen. Die Klicker bekommst du ohne Messer oder Brechstange, glaube ich, nicht kaputt. Ah, und die anderen schon. Okay. Gell, ich war gut. Geschwinden wir von hier. Ich war ein guter Joel, war ich. Willst du irgendwas zu plündern hier? Aber ich bin nur einmal gestorben dabei, ne? Ja, ja, ja. Aber es ist okay, oder? Ja, mal dafür ruhig mal... Hier steht zum Beispiel voll. Heißt das, ich kann das nicht nehmen, weil meine Gesundheit voll ist? Weil ich hab ja gar nichts dabei. Guck hier, ich bin 0, 0, 0, ich wär wie überall. 0, 0, 0, 0, 0. Aber ich bin voll. Wahrscheinlich könnte ich das direkt benutzen, wahrscheinlich, oder? Zur Gesundheit generieren. Dann, dann hab ich das. Okay. Okay. Anscheinend gibt's hier nichts Besonderes, so wie das aussieht. Doch, hier gibt's was. Okay. Gibt's noch mehr? Ich glaube, nein. Toll. Die normalen kann man, glaube ich, schlagen oder erwürgen oder so. Okay. Das sind die normalen, das sind die, die haben nix, oder wie? Sind die einfach nur, ähm, äh, verwirrt, oder wie? Okay. Da kann man durch, wahrscheinlich. Äh. Oh, Taschenlampe anmachen hier, oder? Äh. Ah. Okay. Ja, lass los. Okay, Tess los. Achso. Okay, halt fest. Ich loslasse dann, na, okay, okay. Hier, lass uns gehen. Was machen sie da? Achso. Okay. Ich lass los. Okay. 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 Okay, sehr kompliziert, aber geht. Alles klar. Siehst du? Ach. Ich brauch mehr Zeug hier. Hier. Verarzt du dich. Aber, aber... Diesmal, diesmal bin ich nicht angeschlagen. Die ganze Zeit war es, ne? Einmal bin ich nicht angeschlagen. Aber ich kann was bauen jetzt, oder? Nein, ich kann nichts bauen. Hab ich nicht eine Messerklinge aufgenommen? Na, egal. Wahrscheinlich brauch ich mehr davon. Damit es als Eins zählt. Äh. Okay, geht nur eine Richtung hier, oder? Gehen wir's an. Wir können hier durch. Vorsichtig. Vorsichtig. Okay. Ich glaub, dass erst, wenn ich... ...durchsehe. Äh. Und nu? Kann ich da hoch? Durchtauchen? Hä? Ich bin grad verwirrt. Wo sind sie hin? Ha, so. Okay. Oh, da liegt einer. Okay. Aber ich glaub, der liegt schon länger da. Können wir euch wieder aufstehen, die da liegen? Nee, oder? Na gut, der sieht, der ist... ...der ist schon sehr mordritsch. Okay. Aber so wie bei Walking Dead, wo die einfach... ...alle, die da liegen, eigentlich wieder aufstehen können. Wenn sie nicht grad, äh... ...das Gehirn irgendwie ausgeschaltet wurde. Okay. ...der Oliver hier. Mhm, mhm. Achso, die andere Seite. Okay. Verstehe. Hier lang. Schublade. Wow. Tausend Sachen wieder. Kann ich was bauen? Äh, ich kann mal was bauen. Medikit oder was? Kann ich nicht sagen. Ich baue Medikit. Cool. Ich hab was gekonnt. Äh. Ich bin so stolz. Joel. Hier drüben. Joel, hier drüben. Noch mehr Zeug. Zack, 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 zack. Was hab ich jetzt eigentlich gebraucht? Was, was nehm ich da die ganze Zeit eigentlich? Man weiß es nicht. Bin ich gar nicht ganz angezeigt. In der Serie wurde das ja so, dass die wieder aufgestanden sind. Im Spiel, äh, ist das, glaub ich, noch nicht... Ah, okay. Gut zu wissen. Du hast dann Zusätze. Drücke Tab, um das Verbindungsmittel. Okay. Lauschmodus-Distanz könnte ich, könnte ich benutzen. Erhöht die Lauschmodus-Entfernung. Was ist denn eine Lauschmodus-Entfernung, bitteschön? Soll ich das machen? Ist das wichtig? Lauschmodus-Entfernung. Lauschmodus-Entfernung. Nicht sicher, ob ich das holen soll. Da, am Ärmel. Firefly. Ja, die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt wie draußen. Monotrop guckt, ey. Halten, zum Ziel, rechts gedrückt und drückt, ja, das weiß ich doch. Okay. Äh. Okay. Na, hoffen wir, dass noch jemand lebt, der zum Treffpunkt kommt. Rezept Monotrop. Das wird schon. Okay. Spinte? Ist da was drin? Nö. Okay, da liegt noch ein Typ. Der hat eine Zelle in der Hand. Äh, okay. Also, nicht für die Hand, aber... The Obergiant. The Obergiant Cafe. Meet up with second Firefly team at Capital Building. Capital Gold Dome. Der goldene Dom. Girl ist 5'3", groß, 14 Jahre alt, rote Haare. Ja, wer könnte denn das sein? Hm. Ja, wer könnte denn das sein? Lauschmodus, äh, damit, äh, weitest du, glaub ich, die Reichweite, in der du Klicker erhöhen kannst. Ist das wichtig? Die seh ich ja meistens, oder? Ist das wichtig? Soll ich das holen? Soll ich das skillen? Wo geht's auch noch runter? Achso, da muss ich wahrscheinlich runter durch. Ja, okay, ich geh da unten durch. Ist okay. Ist ja okay. Na toll, das ist ein Typ. Sieht ihr mein Licht da eigentlich? Oh nein, schau wieder. Oh no, es ist ein Messerschnitt, um ein Klickerlautus. Soll ich, das sagen die mir jetzt? Das sagen die mir jetzt? Halte, um dich langsam und leise zu bringen. Ah ja, ist okay. Dadurch das Licht anlassen muss, muss das Licht aus sein. Ah ja, ich mache schon eklige Geräusche, ne? Was ich weiß, was du gesagt hast. Der hat mich geschnappt, ne? Nachher ist es schon von Vorteil. Bei Klicker kann Licht an sein. Okay. Warum hat das jetzt hier? Ich wollte mich von hinten anschleichen. Ich komme mit der Steuerung, komme ich nicht so klar. Das ist immer noch nicht... Ich habe das immer noch nicht verinnerlicht, aber eben... Eben konnte ich den Klicker da von hinten erledigen. Jetzt hat er... Jetzt hat er nichts... Ah, ich habe kein Messer mehr, deshalb. Ja, ich kann keins bauen. Was mache ich denn jetzt? Ich kann doch keins bauen. Oder liegt da irgendwas rum? Die Munition liegt da rum. Ja, ich kann keins bauen. Das ist doch scheiße. Oh, ich habe jetzt eins. Ich habe jetzt eins. Okay, ja, war... War okay. Ja, äh... Tess, äh... Ist das cool, dass du da bist? Okay, ich versuche es noch einmal. Ich versuche es noch einmal. Ne. Ich frage mich, wie ich das eben gemacht habe. Mit dem Klicker. Ich habe genau dasselbe gemacht wie jetzt. Ich bin von hinten ran und habe den Messer in den Hals gesteckt, ne? Vorbeischleichen oder manchmal umschauen. Da liegt... Ah, ja, genau. Ich habe gerade was gesehen, ja. Okay, ja. Aber ich habe da eben noch dasselbe gemacht. Ich bin gerade verwirrt. Achso, gedrückt halten. Das ist was anderes, als zu schleichen. Oder was? Aha, okay. Achso. Okay, jetzt habe ich es geschnallt. Okay, alles klar. Das ist was anderes. Okay, dann habe ich es jetzt raus, glaube ich. Warte ich gerade, bis es nochmal kommt. Wenn ich Steuerung gedrückt halte, dann ist er noch leiser. Okay, mache ich das. Und langsamer halt, ne? Leiser und langsamer. Ah, okay. Alles klar. Alles klar. Jetzt habe ich es raus. Man lernt ja nie aus, ne? So, das ist aber kein Klicker hier, oder? Der Typ da. Okay. Wieso sind eigentlich manche Klicker und manche nicht? Warum ist das so? Ich bräuchte hier ein neues Messer, ne? Ja, das ist cool. Ich kann auch keins bauen. Achso, ein Stock ist hier. Ich habe mich an, habe ich schon gucken. Alter, machen die, machen die mal Lava hier. Okay. Alter, die macht schon einen nervös hier. Mache ich denn jetzt? Okay. Ja, ja, schon klar. Ja, ja, schon klar. Ist das cool? Ey, bist kompliziert. Alter. Bist kompliziert. Vielen Dank. Danke, danke. Ich muss gerade meinen Schweiß abwischen hier. Du kannst auch Backsteine oder Flaschen werfen, um die wegzulocken. Okay, alles klar, alles klar. Verdammt. Ich bin ein Schweißbad, ne? Ich bin schweißgebadet von Verklickungen. Erster Güte. Ich muss was trinken hier. Meine Güte, ist das da Gänsehaut rein? 21 Monate. Meine Güte, er abonniert schon 21 Monate. Ist das zu fassen, ne? Krass, ey. Danke. Das kompliziert. Zu freundlich. Okay. Okay, okay. Ich bin wieder... Okay. Ich bin doch jetzt da, wo ich hin wollte, oder? Da oben muss ich hin. So. Kann mir jemand helfen? Achso, da steht ein Typ. Ach, da steht ein Typ. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was ist denn deine Empfehlung? Mia, sag mal. Was wäre jetzt deine Empfehlung? So als Veteran quasi. Dieses Spiels. Das trisst dann auch da. Falls ja, gib mal Tipp. Was soll ich jetzt machen? Ich habe kein Messer mehr, ne? Ich hätte... Was habe ich denn? Habe ich einen Backstein? Ich habe eine Flasche, glaube ich. Das ist die Frage, ne? Was, 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 was könnte man jetzt tun? Hm. Hm. Ich habe Monotope. Ja, ich habe einen. Gebt das auch damit? Soll ich hier in Brand setzen? Ist das, ist das das wert, das Ganze? Einen habe ich, ja. Kann man das damit... Achso, ähm, ist kompliziert jetzt auch Veteranen. Achso. Okay, noch besser. Ich bin umgeben von Veteranen. Hier. Ist das schon mal sehr gut. Das ist sehr gut. Äh, Versus, glaube ich, habe damals alle abgefackelt und bin durchgerannt. Okay. Die Frage ist natürlich, das stört er mich jetzt oder, äh, kann er mir egal sein? Nur, wie komme ich da hoch? Räuberleiter, oder? Klicker. Oder, oder, oder stört der Typ da? Da ist auch noch einer. Versus. Okay, aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Aber ich bin doch schon da, oder? Nix hinweist. Oh, ein Hinweist. Ja. Serious, oder was? Ja, klar, er klimmt die Leiter. Soll ich springen, oder was? Da hört er mich, ne? Was ist doch scheiße hier. Soll ich noch schießen? Da bin ich wahrscheinlich tot, oder? Oder kann ich ihn mit einem Backstein umbringen? Geht das? Geht das? das sagt auch ich eine eine eher fragwürdige entscheidung meinerseits würde ich sagen ja cool schon mal dass ich hier bin so ok wenn ich jetzt alle schieße könnt ich auch mal testen oder ich wollte das mal testen ich wollte mal gucken ob das jetzt sinn macht oder so oder wie schwer das ist aber diesen ziemlich die wackeln ja ziemlich hin und her es geht glaube ich auch komplett mit schleichen ja ich wie gesagt ich bin schon leider nur ich weiß nicht was machen soll ich bin schon meiner leiter oder meint denn andere leiter da ja jetzt ist da links weiter mit links ja keine ahnung ich muss dahin schieben vielleicht kann das sein da links ich gehe da links mir egal da ist nichts links da klimme die leiter zu verlassen alles klar mache ich mache ich ja ich habe mir jetzt die leiter ok hat nicht funktioniert hier test muss ich mir helfen hier räuberleiter hallo oder muss muss vielleicht der typ da weg oder was ich kill den typ und dann verlasse ich dann versuche ich das ok jetzt er geht nicht guter schuss guter schuss lechter schuss lechter schuss ist das ob die richtige leiter keine ahnung tja ich weiß es ja nicht da komme ich nicht hoch wo der sarg da links und da die leiter ist das die falsche leiter oder was das ist auf die leiter jaja ist schon klar aber wieso sagen die da links meinen die vielleicht schon andere leiter die Kirche strスト kein ahnung Na ja, okay. Okay. Das erinnert mich ein bisschen an The Evil Within, wo ich tausendmal gestorben bin. Okay. Ja, was mach ich denn jetzt? Ich hab immer noch keine Option jetzt. Ich kann immer noch versuchen, die alle zu erschießen. Hat ja einmal fast gut geklappt. E ist durchgestrichen. Aufstehen. Aber warum hat der Typ einen Pfeil über dem Kopf? Ja, weil das ein Klicker ist, ne? Immer wenn die gesagt hat, da ist ein Klicker auf einmal, hatten die einen Pfeil über dem Kopf. Aber der nicht, ne? Der Tipp, der ist ja wohl für den Arsch, oder? Hier lang. Wir haben es fast geschafft. Na los. Ich hol mir jetzt ein Messer hier. An der Bar. Ich hab bestimmt ein Messer hier. zum Schneiden von Zwiebeln und so. Okay, die haben kein Messer. Ich bin ein Messer hier. Hier, wo am man? mh naja ok dann Tess holt die Leiter runter die euch ins Feige führt. Ist er weit genug entfernt werft ihr den Ziegelstein in den Korridor um den Klicker vor dem Ausgang weg zu... ach der stört wirklich der Klicker ok ok Ist er weg schleicht ihr auf seine Position und schaut nach oben. Dort sind die Sprossen eine Leiter zu erkennen. Ok das ist das Ding. Das heißt der Klicker muss weg und den logge ich weg indem ich äh was da hinschmeiße. Ok dann wechsle ich auf den Ziegelstein so ok na los hey na los ok also der Klicker hat wirklich gestört ne ok ja wie hätte ich das denn jetzt gelöst ne. Also zuerst mal vielen Dank ich überlege grad wie hätte ich das denn jetzt gelöst. Also ich hätte das ja... klar den Klicker hätte ich schon versucht weg zu machen ne. War wahrscheinlich durch die Schießerei oder so ich hab das wahrscheinlich so oft probiert bis ich alle Klicker erwischt hätte. Mit äh Lucky Shots oder so oder vielleicht mit dem Molotow Cocktail irgendwie. Keine Ahnung. Ok aber falls nochmal sowas ist ne. Dann merke ich mir das. Also tipptopp ist komplicated. Meine Assistentin sehr gut. Ok. Sind alle ok? So. Das war ja was. Das war ja was. Ihr seid ja ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Das nennt man... Miss Complicated nennt man das. So siehs aus. Oh hier ist... Ist hier was los? Liegt hier noch irgendwas rum? Naja. Glaube nicht. Ok. Endlich raus aus dem Wasserbude da ey. Meine Güte. Was für eine Scheiße da. Wohin müssen wir Tess? Oh guck mal die... die Reflektion in der Pfütze. Guck das mal an. Geile Grafik ey. Ohne Witz. Nice. Was soll ich ansehen bitteschön? Egal. Ok. Äh... Kann ich... Mal sehen ob wir was finden. Äh... Da ist ein Typen. Da sind Typen. Da muss ich rein wahrscheinlich ne. Oder? Naja ok. 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 Also wieso so manche Clicker und manche ist normal? Also wieso... Ist das... also mutieren die willkürlich oder manchmal gar nicht oder wie ist das? Wie... wie darf ich das verstehen? Wie... wie darf ich das verstehen? Ja was heißt mutieren? Also... Pilze quasi ne. Ver... ver... pilzen die sich. Oh ok. Ok. Lass deine Aggression raus. Kein Problem. Ok. Haben wir sie jetzt alle hier oder was? Schublade! Boah ist noch was drin. Wahrscheinlich kann ich mir jetzt ein Messer bauen oder? Ich kann mir wieder ein Messer bauen. Oh ne. Ok. Ok. Oh je. Da fragst du was. Ok. Schon lange her. Sie sind neu infiziert. Wurden gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Die wurden gerade erst verwandelt. Wahrscheinlich hat das was mit Zeit zu tun dann oder was? Je länger die verwandelt bleiben äh... Verpilzen die noch mehr oder wie? Ist das die... 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 Die Rätsel... Die Rätsels Lösung. Ok. Jetzt mach ich jetzt mit dem Ding hier. Wo soll ich es denn hinschieben? Da oben ist dann nirgends... Ist dann nirgends was oder? Oder muss ich da unten drunter durch? Wo soll ich es denn hinschieben? Wo macht es denn Sinn? Draußen vielleicht? Achso ich musste über den Truck oder was? Oder wie war das ne? Ok. Halt sich... Halt sich da fest. Wir müssen zum Truck. Muss der Ausgang. Ah. Hab ich verlaufen. La 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 la. Schön durchs Wasser gezerrt hier. Oh. Ich hab mich eingekesselt. Ist das schlimm? Noch ein bisschen. Ok. Ja. Das war. Geht doch. Klettert hoch. Ok. Kommen sie. Kommen sie. Soll ich helfen hier? Oder... Schaffen sie das alleine? Ok. So sieht's aus. Oh, hier geht's rein. Hier geht's rein. Hier geht's bestimmt was zum Plündern hier. Lass mich looten. Jawohl. Ach ne. Ne. Ist ja... Doch nichts besonderes. Ich lese mal. Safety Pamphlet. Symptome. Ach guck mal hier steht alles. Ich mach mal hier Übersetzung. Der Centers of Disease Control hat die Broschüre über die Cortuzeps Gehirninfektion herausgegeben, um die Achtsamkeit... Äh... Ich bin aus meiner Zukunft. Äh... Parasitäre Pilz ist in der Lage, die Geisteswürze übernehmen. Äh... Eine neue Spesie ist in der Lage, sich auch in Menschen einzunisten. Oh nein! Was Gliederfüßler? Ihhh... Äh... Die beiden bekannten Übertragungswege von einatmen... Oh! Einatmen ist schlecht. Kontakt mit Körperflüssigkeiten in einer mit Person in der Regel durch einen Biss. Oh ja! Inkubation. Nach der anfänglichen Infektion reint der Parasiten einfach von ein bis zwei Tagen ins Gehirn des Würzes aus. Die Inkubation ist abgeschlossen, wenn er alle körperliche Funktionen seiner Züge übernommen hat. CG1-Stadium. Okay, dann haben wir den normalen Typ, ne? Den normalen, den wir eben am Schluss jetzt hatten. Ne, die drei, ne? Symptome. Äh... Legenlaunisches, gewalttätiges Verhalten. Ein bisschen dann bespricht er... Nach einer gewissen Zeit bespricht er Pilz das Gewebe des Würzes, um die Verbreitung von Sporen in der Luft zu ermöglichen. Dann sind sie wahrscheinlich, äh... Klicker oder was? Behandlung. Es gibt keinen Impfstoff gegen, äh... CGI. Auch zur Verlängerung der Diagnose. Ähm... Kann durch einen Bluttest in der Regel festgestellt werden. Im Ohr. Die Teste gehen bereits nach Minutenintention positiv aus. Okay. Also es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis die, äh... sich verwandeln oder so. Oder bis das schlimmer wird. Ah, ist klar. Dankeschön für die Informationen. Joel, hier drüben. Letztes Mal. Sorry. Ich meine ja nur... Ach, ich erinnere mich, äh... Das war Mist gewesen, war das übrigens. Scheiße. Bitte was? Ich muss mich gedrückt halten. Okay. Hm. Ich höre nicht. Okay, beeilung. Scheiße. Scheiße. Oh. 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 Au. Du hast da was am Schuh. Oh. Oh. Äh. Ok. Ok. Wie kommen wir hier wieder raus? Finden wirs raus. Du hast da was am Schuh. Es ist ne Hand. Oh bitte hier. Es Dings an. Hier. Es ist Licht an. Achso. Da werden gesammelte Teile, um deine Waffen an den Werkzeugen zu verbessern. Verkannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Krass ist das. Äh, Nachladetempo, Schussfolge, Feuerrate, Magazinkapazität. Äh, keine Ahnung, Olinja, oder was? Wie es ihr wohl geht? Ja, wie geil sieht das aus? Das hat sie echt geil gemacht. Saugut, ey. Kommen wir auch mal vielleicht noch hier irgendwo was. Feuerrate vielleicht, oder? Kapazität. Oh, Feuerrate. Das ist echt richtig cool gemacht, ey. Geil gemacht. Das gefällt mir ja sehr gut. Okay. Nice! Geil gemacht, gefällt mir. Ähm, schließen, aber ich muss die Waffe zuerst mal wieder... Ich würde gerne die andere Waffe... Ich habe jetzt den Revolver, glaube ich, ausgewählt. Ich würde aber gerne die andere Waffe wieder auswählen. Äh. Waffe wechseln, ne? So war das. Ah, ne, habe ich doch jetzt, ne? Ja, hier. Ja, stimmt's. Dann stimmt's. Dann stimmt's. Okay, ähm... Gibt es hier vielleicht ein Material zum Plündern hier? Hier sowas zum Beispiel. Ah, jetzt kann ich mal gucken, ob ich was anderes skillen kann. Okay. Moment, ich guck mal gerade hier. Jetzt habe ich schon 25. Jetzt kann ich Fertigungszeit machen. Erhöht die Fertigungsquennigkeit von 100 und 125. Wo soll ich das nehmen? Ich weiß nicht, was da gut ist und was nicht. Lauschmodus Distanz. Ich hol's einfach, oder? Ist ja egal, oder? Ich hol's einfach. Scheiß drauf. So. Warum, äh... Das es auch gut sein mag, ich, äh... Ich werde davon profitieren. So, ist hier irgendwas... Hier liegt irgendwas rum? Ich glaube nicht. Okay. Hallo? Ist hier jemand? Mhm, mhm. Ah, hier war was. Ja, pack ein. Schublade. Alte Zeitung. Toll. Tür. Tür. Tür und Doppeltür. Und das war's. Okay. Tür 1. Mhm. Boah, dicker Ballermann hier. Hier hol ich mit. Da geht's wahrscheinlich hoch. Okay. Scheiße. Sorry, sorry, das war ich. Tess. Sorry. Komm, bleib mal bei mir. Ja, kann passieren. Meine Güte. Ah, Zeug. Zeug. Aber ich strampelt hier. Was soll das? Okay. Tür. Tür, Tür. Ach, das ist die Doppeltür. Das ist die andere Tür von hinten. Okay. Irgendwas hier zum Plündern? Ich würde sagen, nein. Okay, da war ich schon drin. Das heißt, wir gehen jetzt weiter hier. Okay. Lass uns da hochgehen. Ist da jemand? Hello? Ah, so ein Ding ist das. Okay. Toll, die geht da hinten hoch. Ich mache diesen hier, ne? Also, da ist was drin. Ah, okay. Okay, es hat doch Sinn gemacht, ne? Kippers Firefly Anhänger. Okay. Finde ich cool. Kann ich wieder zurückgehen? Okay, der zerbringt nicht was. Warum einfach, wenn es so kompliziert geht. Genau das, ne? Habe ich mir gerade gedacht eben. Aber es war ja doch für was zu nütze hier. Was immer das auch bringt, diese Anhänger. Nichts ist das ja auch nur so ein Sammelobjekt, die Dings. Das können sie sammeln, müssen aber nicht. Was denn? Ah, da ist was drin. Da ist nix drin. Da geht es wahrscheinlich weiter, schätze ich mal. Ich gehe mal nach hinten gucken, ob da irgendwas ist. Tale of the Two Ships. Okay. Black Pearl oder so. Okay. Da ist was zum Wegschiebern wahrscheinlich, oder? Okay, aufpassen, schnell. Los, 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 los. Scheiße. Ach, Joel. Ich lebe. Ich lebe. Oh, oh shit. Äh, uncool. Was mache ich denn jetzt? Ah, da war ich. Okay, da geht es weiter. Das ist einer, oder? Toll. Ein Messer habe ich, glaube ich. Alter. Je, das war eklig. Okay. Aber warum hat er mich jetzt gesehen? Ich habe doch, ich habe doch, die sehen mich nicht. Ich dachte, die hören mich nur. Oder wie ist das? Ich bin extra geschlichen, sodass mich keiner hört. Also, was habe ich falsch gemacht? Können die mich doch sehen? Oder haben sie nicht gesehen? Ne, warte mal. Wenn sie mich sehen. Was haben die jetzt gesehen? Oh, ich bin doch ganz leise, bin ich doch. Wie eine Gazelle. Also, was war das jetzt? Oh, scheiße. Okay. Okay, ich habe kein Messer mehr. Kann ich eins bauen? Nein. Okay. Also, warum hat er mich jetzt gesehen? Oder gehört? Ja, ja, zum Beispiel. Hätte er mich jetzt gesehen, wenn ich weitergegangen wäre? Ich bin immer noch, dann noch ein bisschen, äh, steckt das noch nicht ganz. Oh, da muss ich Licht ausmachen, vielleicht. Oh, das Licht egal. Was muss er denn? Scheiße. Okay. Das ist genauso. Oh, da kommt wieder eins. Was mache ich denn jetzt? Toll. Oh, da ist was. Okay. Ah, es geht noch nicht. Verdammt. Doch, es geht, es geht, es geht, es geht. Ich brauche definitiv mehr Messer, ne? Definitiv. Also, wenn man ja sagen kann, wie man die Klicker, die auf einen aufmerksam werden, das wäre echt cool. Weil, ich schneide das noch nicht ganz. Toll. Ne, das ist der Becker oder das Messer, wenn ich das benutze. Obwohl, egal. Scheiß drauf. Für einen Vorratsraum. Vorratsraum mit ganz viel Zeug. Was ist das? Das ist doch schlecht, oder? Ah, doch. Ja, gut. Okay. 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 was ist los mit dir du feige sau ok ich wollte ihn irgendwie erschlagen hat aber nicht funktioniert wie ich das wollte feige sau was soll das ok kann man machen das mädchen was was war da jetzt das kann kategorie war das ging ein bisschen schnell jetzt was ich komme mit der steuerung nicht klar ich weiß ich bin noch nicht ganz überzeugt aber ok kann man machen meine güte guter schuss kann man nix sagen ok das war jetzt am schluss cool gewesen wie so lädt denn nicht nach egal kann ich was blündern hier vielleicht ist das möglich da ist das eine backsteine egal wo ich mit ok da war es da war es dann schätze nachladen ok da ist das also ok hier lang hier geht's aufs dach ok wo die sonne geht langsam auf hier geil er ist aber geil gemacht ok geht's da hinten irgendwas ist da irgendwas zu blündern ich glaube nicht okay alles klar schön sieht's aus hier wir müssen irgendwie rüber da ist es unser zielort die goldene kuppel die goldene kuppel die goldene kuppel die goldene kuppel ok wir müssen irgendwie rüber da war da brett tragen ok vorsicht also muss jetzt irgendwo hin ja keine ahnung wo soll ich denn hin ich hab mir das ganze vielleicht mal angucken sollen bevor ich den brett trage wahrscheinlich einfach da drüber legen oder ok ok das muss reichen ok gute Bohlen hier sei vorsichtig wenn du drüber gehst das ist ein bisschen tsch ja büffs ich bin die coolste Socke hier in town und ist das das was du dir erhofft hast ich weiß noch nicht aber man was für eine Aussicht die Session heute die hat mir den Rest gegeben komm hier lang ok hey es geht weiter ich hab nicht so lange überlebt wenn ich das so mitmach ne das ist ja Wahnsinn es ist fast geschafft reiß dich zusammen ja ma'am ja ma'am reiß dich zusammen ok ok Joel Auge mal es ist äh Mittag oder so gleich hier um die Ecke kommt cool die weiter kleine die weiter kleine was ist das für ein Ding hier was sei das für ein Spruch die weiter kleine ja ok da liegt was und jemand voll was haben wir denn hier äh patrol der rendezvous area ensure no military presence before moving the girl to the next safe house ok das unten drunter ist blaue sie muss gut ernährt und bei bester Gesundheit sein ihre Sicherheit hat absolute Priorität sieh mal an sieh mal an ok wahrscheinlich ist das der Weg das ist der Weg ne das ist nicht der Weg das ist der Weg nein das ist auch nicht der Weg ja wo ist der Weg ja wo ist der Weg ja wo ist der Weg ok was gelb gelb ist der Weg ne oder helfen wir hier Räuberleiter hier ne geht nicht ja ok das wars ich bin ich bin ok ist ja gut ich bin zu Ende mit dem Spiel hier angekommen es geht nicht mehr weiter ja hoch und rüber hoch und rüber hoch und rüber nix da schön weitermachen ne ich mach gleich Lust aber es macht grad ich will grad gucken wie es weiter geht ich bin neugierig ne na also wow wow sie können uns vernichten aber sie werden uns nicht die amerikanische Flagge rauben die amerikanische Flagge wird immer wehen im Wind ähm nur dass das klar ist ich kann nicht schwimmen die kann nicht schwimmen ne auf der rechten Seite sieht es flach aus voll fassbar du das meine Liebe ein bisschen please was meinst du ich weiß hier werde dafür bezahlt ich habe Hunger ich zugebe ich habe Hunger ja ich will nicht bedanken aber ich habe Bock irgendwie ja kein Ding ok 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 Massachusetts Statehouse ok es ist das Fallout area oder Das Fallout-Gebiet. Fallout 4-Gebiet. Okay, ich klopfe mal an hier. Titch. Genau, Titch. So sieht's aus. Und was machen wir jetzt? Ich bin der Titch-Commander. Was machst du da, Tess? Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben's versucht. Gehen wir nach Hause. Ich werde... Ich gehe nirgendwohin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal rein. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Oh ja. Zeig mir deinen Arm. Das ist drei Wochen alt. Mein Biss ist eine Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt, ob ihr verständlich... Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Tommy ist ein Bruder, oder? Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mit diesem letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Oder ist er unbekannter? Ist er Bruder, ne? Ja, okay, okay. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit. Aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall... Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Ich kann kämpfen. Nein, geh einfach! Geh doch endlich! Ali. Tut mir leid, ich... Ich wollte das nicht. Los, beweg dich! Ah. Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp. Ohne uns stirbt sie da. Stopp! Du bleibst dicht bei mir. Wir müssen weg. Oh, Mann. Okay. Wir gehen hoch. Kommt man vermutlich raus. Flackieren! Jetzt lauf einfach weiter. Oh, scheiße. Wir haben zwei Männer getötet. Verstanden. Du, brich die Tür auf. Du, komm mit. Ist sie tot? Ja, krass. Da liegt sie. Scheiße, ja. Ja, ich hab's schon gesehen. Im Kampf gefallen, geopfert. Okay. Hast du noch irgendwas Gutes gelöst? Ähm. Da ist was. Oh, da ist was. Oder was? Hier drüben? Ah! Ah! Hilfe! Oh, ein Gewehr! Ja! Okay. Wir sind wieder im Geschäft. Jagdgewehr, neue Waffe. Ist ja ein Ding. Okay. Was soll ich machen jetzt? Weiter laufen. Gibt's irgendwas zum Jagen? Was machen wir? Vorhalle! Außenrum! Joel? Ich hab es. Wow. Mist. Hast du's auch gesehen? Ah! Ich darf sie! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Noch Deckung, rück vor! Oh, gottes Willen! Voll verzogen am Schluss. Oh, guter Schuss. Wo ist er hin? Guter Schuss, guter Schuss. Scheiße! Äh, ich hab keine Munition mehr. Okay, ich geh weiter nach vorne. Wo steckst du bloß? Okay, der hat jetzt, äh... Okay. Ich sag jetzt nicht wieder, wie er geschrieben hat. Okay, okay. Komm, Ellie. Haben die Zeug dabei? Oh, er hat was dabei gehört. Okay. Okay. Soll ich jetzt da durchgehen oder wieder zurückgehen? Zum Plündern. Hier gibt's nichts zum Plündern, oder? Bleib bei mir! Na los! Soll ich hier? Da ist was. Da ist irgendwas. Da liegt was. Okay. Na, immerhin! Tauschen gegen was denn überhaupt? Egal. Autsch. Was machen wir? Joe? Wie kommen wir hier raus? Okay. Wir müssen durch den Gang. Da komm, ich weiß nicht, wie viele es sind. Einige sind da. Oh cool, ich hab mich geheilt. Kann ich hier umschleichen, äh, so, äh, kann ich hier umschleichen, oder, äh, muss ich die... Ah, da ist einer! Vielleicht kann ich hier umschleichen. Versuch's mal. Ah! Joe hat ja ledig mit dem Versuchen. Der kommt geradewegs hier rein. Na, super. Oh, super! Äh, wo ist er denn? Ah. Okay! Okay! Limpfisch. Ja, okay. Der hat irgendwie, der hatte, glaube ich, äh, ein eingeschränktes Sicht, glaube ich, der Typ. Ah! 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 Scheiße! Ah! Ah! Okay. Kommt der! Kommen sie oder... Ah! Verfluchte Scheiße! Das ist noch einer! Das kommt von allen Seiten, oder was? Ja. Haha! Haha! Okay. Und hier ist der... Der Meuschelraum. Das ist der Meuschelraum. Hier, in diesem Raum, wird gemeuschelt. Der ist für nichts anderes gut, der Raum. Noch einer! Kommt der hier rüber? Ja, ohne Witz, der kommt auch hier rüber, oder was? In meinem Meuschelraum. Ja, der kommt in meinem Meuschelraum. Okay. Da kann gut sein, wenn er sich umdreht, dass er... Dass er den Typen da sieht, ne? Okay. Glück gehabt. Der Meuschelraum halt, ne? Spart auf jeden Fall Muni. Ja. Und Nerven. So, pass! Das ist ein Typ. Kommt in meinen Meuschelraum? Ich hoffe nicht. Da ist keiner mehr. Da ist alles voll! Kommt der hier rüber? Ich muss hier aber weg, wenn der hier rüber geht. Könnte doch von hinten kommen, ne? Theoretisch. Scheiße. Oh, der kommt gar nicht. Das kann auch sein. Da kommt keiner mehr, oder? Ja, jetzt kommt er wieder. Oh, der dreht da um. Der dreht wieder um? Ja. Sackgesicht. Ja, ja, das stimmt übrigens. Ich musste meinen Meuschelraum verlassen. Verdammt, hat er gesagt. Hast du das gehört? Aber wir gehen einfach, oder? Noch einer tot. Ah, ist auch geil. Ich renne die Schlaube einfach jetzt, oder? Und jetzt? Das ist gar nicht der Weg, wo ich hin muss, ne? Wo muss ich hin? Die andere Richtung, oder? Kann das sein? Verdammt. Ja, ich muss die andere Richtung gehen. Scheiße, ey. Ein Schuss im Jagdgewehr. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel, ey. Ich muss die andere Richtung gehen, ja? Toll. Na gut, ein Tant, ich würde dem Jagdgewehr, glaube ich, ausschalten, ohne Probleme, ne? Aber ich weiß nicht. Toll, ich sehe mich jetzt, oder? Scheiße. Okay, ich bin, glaube ich, richtig, oder? Ich glaube, wir mal hinterher, oder? Ach, der hat eine Maske an, jetzt. Okay. Da ist schon einer drin im Zug, oder? Da wackelt irgendwas. Ne, man weiß es nicht. Okay. So, jetzt sind sie zwei hier. Scheiße. Ah! Ah! Ich muss weg hier. Ich müsste den ja sehen, ne? Blindvieh schon wieder. Ich guck mal, was er macht jetzt. Scheiße. Ja. Ist tot, ne? Tja, ist tot, ne? Was soll man machen? Ist tot, ne? Ja. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Dumm gelaufen. Der Kollege wird neben ihm gekillt. Dann rafft es nicht, ja? Finde mich, komm. Dann rafft es nicht. Komm nur mal, komm nur mal. Ah, ja! Achso, achso, ist schon tot. Okay, ist okay, ist okay. So! Alles klar, weiter geht's. Gott sei Dank. Ah, okay. Was ist hier los? Zu. Was ist hier los? Verschüttet. Okay. Ich würde sagen, die falsche Richtung ist das. Was ist hier los? Durch den Zug durch. Alles klar. Ich höre mal nix, ne? So großartig an, an feinen Kontakt. Oder? Ich höre nix. Achso. Ich baue uns ein Boot. Achso. Äh. Hä? Kann ich mich da hoch ranken? Achso, tauchen, genau. Okay, taue ich da durch, oder was? Ja, was mit der Ellie? Man weiß es nicht, ne? Wo ist der denn? Achso, die kann da gehen. Okay. Alles klar. Ellie? Mir geht's gut. Okay, wieso bin ich ja nicht lang gegangen, wo sie lang geht? Fertig hab mal auf. Da ist was. Hey, da. Sie geht noch. Wer geht noch? Äh, lesen. Äh, lesen. Das sind die, die man normal erledigen kann, oder? Ich gebe ihr nur eine Viertelstunde, dann gehe ich zurück. Ja, Salah, glaube ich, nicht mehr gepackt, oder? Das Zurückgehen. Ist das korrekt? Da liegt er nämlich. Äh. Du lässt mich doch nicht hier, oder? Ja, nee. Warte da. Ja, ich komme mal wieder. Ich gehe nirgendwo hin. Kann man speichern? Neue Spieldaten. Okay. Wow. Okay. Äh. Ich würde fast sagen. Ich würde fast sagen, es war's für heute. Äh. Äh. Ja. Ich würde sagen, es war's. Ne, ich muss was essen und so. Ich habe jetzt zwei Stunden. Über zwei Stunden bin ich jetzt dran, ne? Ähm. Joa. Aber war cool. Das war richtig cool. Hat echt Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich bin gespannt, wann der eventuelle zweite Teil für den PC rauskommt. Ist da schon was in Planung? Ich hoffe doch. Naja. Okay. Aber vielen Dank für die Hilfe. Es ist kompliziert. Ohne dich wäre ich heute nicht so weit gekommen, ne? Ich werde jetzt zwei bei dieser komischen Leiter oben. Naja. Okay. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Und vielleicht mache ich ja morgen schon weiter. Schauen wir mal. Ähm. Schönen Abend und so. Und äh. Wir sehen uns. Und vielen Dank. Und äh. Genau. Vielen Dank. Für jeden guten Appetit, schätze ich mal. Und dann schönen Abend. Okay. Dann äh. Peace and out. Ciao.